Weg von der Atomenergie hin zur Erneuerbaren. Dieses Ziel verfolgt die deutsche Energiepolitik seit dem Jahr 2011, seit der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima. Seither hat sich viel getan. Noch im Jahr 2000 waren es gerade mal rund 6% erneuerbare Energien. Ihr Anteil am Stromverbrauch in Deutschland wuchs seither beständig. 2018 betrug er 37,8%. Bis zum Jahr 2025 sollen 40 bis 45% des in Deutschland verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Darum geht es bei den heute beginnenden Berliner Energietagen und um viele offene Detailfragen, etwa zur Energiewende, im Verkehr oder klimaeffizientes Wohnen und Bauen. Ich habe darüber mit der Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gesprochen und sie gefragt, ob Deutschland auf einem guten Weg ist. Leider nein, denn die Bundesregierung hat den Ausbau der erneuerbaren Energien sehr stark gedeckelt und auch ausgebremst. Wir werden in eine Ökostromlücke hineinlaufen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wir müssten den Ausbau mindestens verdoppeln, um eben das Ausbautempo mindestens zu verdoppeln, um diese Ziele zu erreichen. Wir haben ja auch vor 2030 deutlich noch einen höheren Anteil erneuerbarer Energien zu erreichen. Und das wird man mit diesem Tempo leider nicht erreichen. Woran liegt das? Werden zu wenig alternative Stromquellen genehmigt? Ja, wir haben ja das Fördersystem umgestellt hin eben auf diese Ausschreibung. Und da ist der Ausbaudeckel sehr stark vorgegeben. Es werden maximale Mengen vorgegeben. Und die werden jetzt zum größten Teil noch nicht mal erreicht. Das liegt auch an der Art und Weise, wie man diese Ausschreibung jetzt gemacht hat. Zudem ist es unbedingt sinnvoll, dass man auch im Süden mehr erneuerbare Energien lastnah und dezentral ausbaut. Hier wäre ein Fokus auf die dezentralen Verteilnetze sehr, sehr wichtig. Und all das versäumt leider die Bundesregierung und fokussiert sich hier einseitig nur auf den Ausbau der Übertragungsnetze. Das ist leider nicht zielführend. Sind denn Wind und Photovoltaik mittlerweile konkurrenzfähig? Das sind ja zwei Bereiche, auf die man verstärkt gesetzt hat. Ja, die Kosten der erneuerbaren Energien sinken glücklicherweise, insbesondere der Photovoltaik und auch der Windenergie. Und deswegen ist es ja auch so unverständlich, warum man den Ausbau so stark deckelt. Denn jetzt sind die erneuerbaren Energien mehr und mehr konkurrenzfähig. Wir sehen bei den Ausschreibungen bei Offshore-Windenergie beispielsweise, die gänzlich ohne Förderung auskommen. Aber auch hier könnte man die Netzanbindungskosten halbieren, wenn man hier mehr auf Wettbewerbsargumente setzen würde. Und all das macht die Energiewende im Moment ineffizient und teuer. Und hier muss man dringend gegensteuern. Wird denn überhaupt genügend angeboten? Also bräuchte man nicht vielleicht auch mehr Wettbewerb in Deutschland, um die Technologien für mehr Klimaschutz auf den Markt zu bringen? Ja, das versucht man eben mit diesen Ausschreibungen. Da hat man ja auch Wettbewerb geschaffen. Das ist auch gut und richtig. Die Kosten sind ja auch deswegen gesunken. Aber diesen Wettbewerb brauchen wir auch bei den Stromnetzen und auch bei der dezentralen Energiewende. Denn es gibt deutlich bessere Möglichkeiten, als jetzt einseitig planwirtschaftlich nur auf Übertragungsnetze zu setzen. Wir brauchen ja ebenso auch mehr Speicher in der Zukunft. Einen lastnahen Ausbau, auch eine Fokussierung auf die dezentrale intelligente Energiewende samt Speicher und auch Verkehrswende mit dem Ausbau der Elektromobilität und auch der Wärme, die da auch damit zugehört. Und all diese Dinge müssen jetzt dringend angeschoben werden. Und dafür brauchen wir auch die Rahmenbedingungen. Und welche Möglichkeit bieten da die Energietage, die ja zurzeit in Berlin stattfinden? Ja, diese Tagung greift eben all diese Themen auf. Das ist auch gut und richtig, jetzt darüber zu diskutieren, wie man die Menge oder das Ausbautempo erneuerbaren Energien erhöht, wie man gleichzeitig auch die Verkehrswende mit auf den Weg bringt. Hier brauchen wir dringend auch eine Quote für neu zugelassene Fahrzeuge mit Elektroantrieb. Auch das würde die Energiewende voranbringen. Und auch die Quartiere, also die Wärme, die genauso dazugehören, wo man schon Lösungen auch hat. Das wird ja sehr intensiv diskutiert, auch auf der Tagung, die man jetzt aber auch ins System hineinbekommen muss. Und dafür sind die Rahmenbedingungen leider im Moment nicht vorhanden. Heißt das, dass das ausgegebene Ziel der Bundesregierung nicht zu schaffen ist? Die Ökostrom-Ziele werden wir aller Voraussicht nach mit dem Ausbautempo nicht werden erreichen können, wenn wir das Ausbautempo nicht deutlich erhöhen. Insbesondere die 2030er-Ziele sind hier in Gefahr. Wir wollen ja gleichzeitig raus der Kohle aussteigen und müssen deshalb das Ausbautempo deutlich erhöhen. Die Ziele sind viel zu niedrig, wenn wir tatsächlich es schaffen wollen, jetzt auch nach der Atomenergie den Anteil von Kohle deutlich zu reduzieren. Und was sind Ihrer Meinung nach die Kernpunkte, auf die es ankommt, was die Energiewende, damit die Energiewende erfolgreich wird? Ja, wichtig ist ein rasch eingeleiteter Kohleausstieg, der dann auch in 15 Jahren abgeschlossen sein wird. Wir brauchen eine Verdopplung des Ausbautempos der erneuerbaren Energien, eine Quote für neu zugelassene Fahrzeuge, für Elektrofahrzeuge, damit wir hier auch die Verkehrswende mit auf den Weg bringen, eine Verdopplung der Finanzierung des Schienenverkehrs. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Eine Stärkung des ÖPMV und gleichzeitig mehr Anreize in der Zukunft auch zu speichern und die Wärme genau als diese Speichermöglichkeit auch mit einzubeziehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017